Schön, dass du wieder hier bist. In diesem Video geht es darum, wie du es schaffst, in Gesprächen, Diskussionen, Interaktionen, jeder Art, rhetorisch, wirklich jeden fertig zu machen. Wieso mache ich hier dieses Video? Mir ist aufgefallen, dass ich in den letzten Monaten oder Jahren in unregelmäßigen Abständen immer wieder Kommentare unter meinen YouTube-Videos bekommen habe, wo sinngemäß drin stand, und ja, du kannst gut frei reden oder du würdest mich rhetorisch total an die Wand reden oder du würdest mich total rhetorisch fertig machen und so weiter und so fort. Und ich kann mich da gut reindenken in diesen Wunsch danach, rhetorisch jemanden fertig machen zu können, denn vor zehn Jahren ungefähr oder vor zwölf Jahren, wo ich damit anfange, mich mit all diesen Themen zu beschäftigen, Kommunikation, NLP, Rhetorik, Psychologie und so weiter, da hatte ich genau diesen Wunsch, da hatte ich genau dieses Verlangen danach, andere Menschen mehr oder weniger steuern zu können oder manipulieren zu können oder rhetorisch fertig machen zu können, um am Ende des Tages überlegen zu sein. Und aus diesem Grunde möchte ich hier das Video machen, denn im Laufe dieser zwölf Jahre, mit der ich mich damit beschäftigt habe, hatte ich eine Erkenntnis, die ich, wenn dieses Video interessant ist für dich, unbedingt mit dir teilen möchte. Denn zuerst war es so, dass ich alles daran gesetzt habe, alle möglichen Techniken, Tricks, Maschen, rhetorischen Raffinessen zu lernen, um eben diesen Zweck zu erfüllen, andere rhetorisch fertig zu machen. Und dann war es so, dass ich irgendwann nach vier, fünf Jahren etlichen, unzähligen Diskussionen irgendwann an dem Punkt war, wo ich rhetorisch relativ fit war. Und ich habe gemerkt, okay, jetzt kannst du das, wenn du es willst. Und ich möchte hier die Sache nicht schönreden, ich habe es in der einen oder anderen Situation genutzt. Allerdings habe ich währenddessen Erfahrungen gesammelt. Und eine Erfahrung, das ist die grundsätzlichste, die ich hier mit dir teilen möchte, ist folgende. Wenn du in Interaktion irgendwas machst, um jemanden rhetorisch gegen die Wand zu reden, rhetorisch fertig zu machen, damit du rhetorisch überlegen bist, den anderen in die Ecke drängst, Selbst wenn du aus rhetorischer Sicht gewinnst, hast du eigentlich nichts gewonnen. Denn, dreh das ganze Spiel mal um. Dreh das ganze Spiel mal um und versetz dich einmal in die Lage desjenigen, der rhetorisch fertig gemacht wurde. Wir alle haben ein Ego und wir alle mögen es in der Regel nicht besonders gekränkt, fertig gemacht oder gedemütigt zu werden. Wenn du als Außenstehender eine Interaktion von zwei Parteien beobachtest und siehst, wie einer rhetorisch sehr überlegen ist, dann kann das vielleicht eindrucksvoll auf dich als Dritten wirken. Aber wenn du derjenige bist, der rhetorisch gedemütigt wird, fertig gemacht wird, an eine Wand gestellt wird oder ähnliches, dann fühlt sich das nicht gut an. Und wenn du aus so einer Interaktion kommst, als Geschädigter, dann wirst du nicht derjenige sein, der denkt, boah, mein Gegenüber, das ist ein toller Typ, der hat es aber rhetorisch richtig drauf, ich war komplett im Unrecht, ich war komplett falsch mit all meinen Meinungen, Perspektiven, Paradigmen, die ich hatte, all meine Argumente waren vollkommen Nonsens, aber er, er hat mir den Weg gezeigt mit seiner wundervollen Eloquenz. So, das wird niemals passieren. Niemals. Wenn dich jemand rhetorisch fertig macht, dann wird es in der Regel so sein, dass du am Ende des Tages da stehen wirst und sagen wirst, ja, ich konnte mich vielleicht in dem Moment nicht so gut ausdrücken, aber das ist doch vollkommener Quatsch oder ähnliches. Das heißt, wenn dich jemand mit rhetorischer Gewalt, wenn dir jemand aus rhetorischer Gewalt überlegen ist, dann wirst du, und wenn es nur innerlich ist, einen Hauch haben, gegen Gewalt anzuwenden. Du wirst es ihm beim nächsten Mal vielleicht irgendwie heimzahlen, vielleicht machst du dir zu Hause die ganze Zeit Gedanken darüber, was hätte ich rhetorisch besser anders sagen können und das nächste Mal, wenn du ihn siehst, gibst du ihm einen rhetorischen Seitenhieb oder ähnliches. Das heißt, du hast nie wirklich gewonnen, wenn du nach irgendeiner Interaktion bei deinem Gegenüber ein ungutes Gefühl hinterlässt. Niemals. Und darum passiert mittlerweile Folgendes, wenn ich solche Kommentare lese wie, ja, Patrick, du würdest mich rhetorisch unglaublich fertig machen. Ich sehe das und ich verstehe das Paradigma, ich verstehe die Position, woher dieser Wunsch kommt, diese rhetorische Überlegenheit zu haben. Aber ich heute für mich würde niemals auf die Idee kommen und niemals anstreben, irgendjemanden rhetorisch fertig machen zu wollen. Ich habe eher das intrinsische Verlangen, mein Gegenüber wirklich verstehen zu wollen, wirklich zu sehen, wo diese Person herkommt. Und das ist was, was Stephen Covey zum Beispiel gesagt hat in seinem Buch »Die sieben Wege der Effektivität«. »First seek to understand, then to be understood.« Das heißt, versuche zuerst, dein Gegenüber wirklich zu verstehen, bevor du selbst verstanden werden willst. Das heißt, in der heutigen Zeit haben wir viel öfter Monologe im Beisein eines anderen als eigentliche Dialoge, wo zwei Menschen sich wirklich gegenseitig sehen, hören und verstehen. Und dein Gegenüber wird, oder du wirst in jedem Gespräch mit deinem Gegenüber nie wirklich da rausgehen und dich gut fühlen, wenn du das Gefühl hast, dass dein Gegenüber dich gar nicht wirklich verstanden hat, sondern nur versucht hat, rhetorisch recht zu behalten oder die Überhand zu behalten. Und während du sprichst, wenn du ihn anguckst, siehst du in seinen Augen, dass er dir gar nicht richtig zuhört, sondern vielleicht während du sprichst, in seinem Kopf schon wieder überlegt, was er da schlagfertig oder rhetorisch Kluges zu sagen könnte. Keiner hat gewonnen, weder du noch dein Gegenüber, solange du mit dem Paradigma an eine Interaktion gehst, deinem Gegenüber überlegen sein zu wollen. Wechsle das grundsätzliche Paradigma dahinter, versuche dein Gegenüber wirklich verstehen zu wollen und wenn du wirklich den Punkt siehst, wo dein Gegenüber herkommt, weshalb er so argumentiert, dann reagiere nicht mit Ah, jetzt habe ich es verstanden, das ist vollkommen dumm, weil... Sondern sag, Ah, okay, ich glaube, ich verstehe deinen Punkt, du meinst also... Und dann gib es kurz wieder, was er gesagt hat, damit er sich wirklich verstanden fühlt und dann sag, dein Paradigma. Wenn sein Gegenüber wirklich objektiv betrachtet weniger Sinn ergibt und dein Gegenüber sich verstanden fühlt, dann wird er das in der Regel einsehen. Wenn er das nicht einsieht, dann ist es nicht deine Aufgabe, ihn dazu zu bringen, deine Meinung anzunehmen. Aber in beiden Fällen geht ihr beide mit einem besseren Gefühl aus der Interaktion und das ist die einzige Möglichkeit, wie du wirklich in einer Interaktion gewinnen kannst. Ein Paradebeispiel dafür, wie man es nicht machen sollte, erleben wir heute häufig in der Politik. Da haben wir die Rechten und die Linken und die... Es ist aus spiritueller Sicht so paradox, aber die Rechten sagen dann, die Linken reden Bullshit, die Linken sagen, die Rechten reden Bullshit und aus spiritueller Sicht ist links und rechts genau dasselbe. Es sind beide Enden... Also es ist genau dasselbe. So, die sind beide in ihrer Extremform sehr, sehr ähnlich und mir hat mal ein Politikwissenschaftler gesagt, ob du linksextrem wirst oder rechtsextrem wirst, ist im Prinzip eher aus psychologischer Sicht ein Würfelspiel. Die Leute... Ich will da nicht jetzt nahe drauf eingehen, es geht ja nicht um Politik, aber Fakt ist, derjenige, der am meisten auf seinem Gegenüber rumhackt, das ist oft derjenige, der am meisten zu kompensieren hat. Wenn du mit dir im Reinen bist, dann hast du nicht den Wunsch danach, einen rhetorisch fertig zu machen, sondern du hast den Wunsch danach, dein Gegenüber zu verstehen, Harmonie zu haben und mit einem guten Gefühl aus jeder Interaktion rauszugehen. Und wenn du jetzt hier in dieses Video gekommen bist, mit dem Wunsch, ich will wissen und lernen, wie ich andere manipulieren kann und rhetorisch fertig machen kann und durch dieses Video jetzt gemerkt hast, Mensch, das macht Sinn. Eigentlich, wenn ich in der anderen Position bin, fühlt sich das nicht wirklich gut an, wenn mich jemand gedemütigt hat oder fertig gemacht hat. Und eigentlich macht das dann auch keinen Sinn, unbedingt zu dem Menschen werden zu wollen, der andere rhetorisch demütigt oder fertig macht. Wenn du das erkannt hast, dann ist das ein Riesensprung. Und wenn du mehr davon wissen willst, nicht nur, wie du auf der Verhaltensebene und auf der Ebene der Verbalität, der Sprache wirklich rocken kannst, sondern auf viel tieferen Ebenen, auf der Ebene des Mindsets und auf noch tieferen Ebenen, dann ist das Live-Transformation-Coaching wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Mir fällt kein Coaching ein weltweit, was so in die Tiefe geht. Ich habe Ewigkeiten daran gearbeitet. Wenn das spannend für dich klingt, dann schau hier mal in der Videobeschreibung auf den Link, klick da drauf. Du siehst es auch in dem ersten YouTube-Kommentar. Schau dir das Video an, trag dich in das Formular ein und wir hören uns bald. Bis dahin, liebe Grüße, Adios.